Was sehen wir? Nicht identifizierbare Formen auf schwarzem Grund, also abstrakte Malerei? So einfach lässt sich Charlene von Heil nicht in eine Schublade stecken. Die Unterscheidung zwischen gegenständlich und abstrakt spielt in ihrem Werk überhaupt keine Rolle. Wonach sie in jedem Bild aufs Neue sucht, ist Etwas, das sich anfühlt wie eine Darstellung von etwas, aber keine ist. Etwas, das eine Geschichte oder einen Inhalt zu haben scheint, aber nicht hat. Charlene von Heil malt immer gleichzeitig an mehreren Bildern, um unterschiedliche Antworten auf formale Fragen durchspielen zu können. Sie beginnt absichtslos, mit einer Farbe, einer Geste, auf die sie dann wieder reagiert, um das Ergebnis im nächsten Schritt zu hinterfragen und, wenn es nicht standhält, zu übermalen, zu zerstören. So entwickeln sich die Bilder in einem längeren Prozess aus sich selbst heraus, in unzähligen Schritten vorwärts und rückwärts, mit dem Zufall als Begleiter. So lässt sich nie entschlüsseln, wie sie entstanden sind. Sehen wir inmitten der klaren, blauen Umrandung Ausschnitte eines Bildes, das weitgehend unter der schwarzen Schicht verborgen liegt? Was steckt hinter der weißen Wolke, die sich so ungestüm behauptet, zwischen all den akkurat gemalten Formen und dem geometrischen weißen Element, das sich im Vordergrund nach außen aufzufalten scheint? Manche Stellen vermitteln die Illusion von Tiefe, andere haben etwas Scherenschnitthaftes und ganz am Rand scheint dann doch etwas eindeutig Identifizierbares durch, ein Briefumschlag. Sie sehen, diese Bilder erzählen keine Geschichten, lassen sich nicht berechnen, entziehen sich der Erklärung. Sie sind Malerei. Und Malerei hat, das weiß Charlene von Heil, eine Ausdruckskraft, über die keine andere Sprache verfügt. Und Malerei hat, das weiß ich nicht,